Hallo Leute, ich möchte nun auch mal mein Statement sozusagen zu diesem riesigen Durcheinander abgeben. Ab wann ist eine Community eine Community? Darf man einen zusammengewürfelten Haufen von Leuten, die Spaß an etwas haben, eigentlich so nennen, wenn sie keine Relation haben und sich eh nur gegenseitig an die Kehlen springen? Wenn es nicht gerade heißt, oh der bringt mich vielleicht weiter, wenn ich mich tief genug bücke. Ja ne, tief genug bücke. Seit wann ist nun ein solcher Abschnitt einer freizugänglichen Video-Storing-Community ein versnobter Elite-Club nur für Mitglieder? Es sei mal dahingestellt, wem das Glied eigentlich gehört. Wenn man doch der Meinung ist, dass man nicht jedem gestatten soll, Teil von etwas zu sein, indem man diese Community mit Videos zu ballert, die ein Thema behandeln, wo man nun mal Spaß dran hat, sollte man doch bitte zum Patentamt rennen und sich die Rechte daran sichern oder aufhören, kommt auf den Geldbeutel und das genannte Glied an. Wenn ich also oben genannter Meinung bin, wieso mache ich mir dann nicht eine private Homepage, wo ich das alles hochlade? Da kann sich dann auch keiner zwischendrängeln und ich kann es gelinde gesagt, mein Reich nennen. Wird dann hoffentlich nicht so populär wie das dritte, aber vielleicht ist auf Platz 1.337.500 noch irgendwo ein kleines Plätzchen frei. Aber halt, nein, Moment, das wäre ja Verwaltung, generelle Serverkosten, Traffic-Kosten und, und, und. Dann müsste ich mich ja nicht nur ein paar Mal bücken, um berühmt zu werden, sondern täglich, um die Kosten wieder hereinzukriegen. Und wenn ich dann immer berühmter werde, dann komme ich ja gleich gebückt, da kann ich ja auch gleich gebückt bleiben, weil ich ja sonst mit Bezahlen gar nicht mehr hinterherkomme. Und schwupps, hat man den Arsch voll Schulden. Aber zum Glück gibt es ja YouTube, mein ganz persönliches Reich, wo nur ich was zu sagen habe. Äh, scheiße, falscher Text, das war das Trainingstape von Österreich aus dem Jahre 1900. Ähm, egal. Also ganz ehrlich, kommt mal klar, Leute, es ist weder eine Sache, die ihr erfunden habt, ihr habt sie nur von den Amis adaptiert, noch euer Privatplatz YouTube. Ihr wollt auch nur schnell und kostengünstig euer Zeug an den Mann bringen und zu jung? Tut mir leid, aber das ist ja wohl eher ein Problem, was man sich für den Arbeitsmarkt aufheben sollte. Wenn ihr schon Angst habt, dass Jüngere, die dann auch besser sein könnten, als ihr euch euer Hobby wegnehmen, wie wollt ihr dann später mal im Job bestehen? Etwa indem ihr jeden Azubi zu Tode flamet? Wat lernen wir aus dem ganzen Scheiß? Only the strongest survive. Und das hat nichts mit der Stärke der Flüche zu tun. Ich hoffe, so viel Englisch ist nicht schon zu viel verlangt. Sayonara!